ich bin hier Stasestation Pro ich brauche Stasen mir mag was nicht gefallen für ein großes Gebiet ist es hier definitiv zu leise was ich kann nicht reden wo 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 was ich get off ach ihr seid's nur ok Au Au, fuck, das war eine Nein, dumme Idee, dumme Dumme, dumme, wo sind die? Oh, shit Fick dich, nein, nein 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 Nein, lass mich leben Nein Nein Isaac Shit Shit Habt ihr es auch gesehen, ne? A corpse falling So, okay Stase sollte ich vielleicht etwas früher benutzen Und es wäre wahrscheinlich noch besser gewesen Hätten wir uns den Detonator gekrallt Da ist nichts Das weiß ich jetzt auch Hier war nichts, auf der anderen Seite schon Da kommen die noch nicht Das finden die okay, wenn ich da rangehe Aber wenn ich dann an ihr Tagebuch gehe Ho, dann geht die Lucia Genau jetzt Ach, ne, du, du warst da ja Ach, fuck Oh, das sind so viele Oh, shit No Oh, 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 oh Oh, oh, oh Du bist so fast Oh, haha Aber hier kommt ihr nicht rein Nicht ohne mich Traut ihr euch nicht, ne? Oh, jetzt will ihr nicht mehr die Oberhand haben, ne? Ihr scheiß Viecher Na? Mann Oh, 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 what the Die Viecher machen mir irgendwo echt Angst Weil die sind Scheiße schnell Alter Die haben Well, what the Die sind zu schnell Ach, shit Ja, komm, komm Bitte, bitte, bitte Haha, Headshot Mit der Kralle deines Freundes So, ich hab noch was Wie ihr ausseht Oh, ey Ihr seid keine schönen Zeitgenossen Alter Wie geil Das einfach nur gemacht ist Oh, komm Komm Wo bist du? Ich hab noch 39 Schuss für dich Hier Oh, ey Das waren sie noch nicht alle Oder? Die Musik lässt nach Das waren sie doch noch nicht alle Das waren sie nicht Hey, her, komm Ich hab ich schon gelootet Ja Wow, was war das? Oh, das gibt mir Kopfschmerzen Wappenstress, Leute Die Harpunen Hätten Ach, Stase Ach, danke Ihr seid so gut zu mir, ne? Hm, na Nur weil ich nicht aus meinem Loch rauskomme Hier Scheiße So, okay Weiter geht's Auch wenn wir etwas Angeschlagen sind Ich muss nochmal links klicken dafür Links klicken Und noch einmal Nicht Ja Alle guten Dinge sind drei Firewall deaktiviert Und rein damit Ach, wie schön Der Der liegt da so alleine Ich verstehe ihn nicht Oh, nein, er ist zurück Nein, 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 nein Öffne Schön Whatever it takes Whatever it takes Nein, keine gute Idee Eigentlich ist das ganze Spiel keine Ja, machst du Kippups Find ich gut Ja, das gefällt mir Das ist das letzte Gefecht Das ist das letzte Gefecht Das ist das schön, ne? What the? Bleiben Sie zurück Alles klar, Madame Wenn Sie reden wollen Dann von da aus Ja Sagen Sie nicht, Sie wollen mir helfen Der Letzte, der das behauptet hat Wollte mich töten Sonst ruhe ich Ich werde Ihnen nicht wehtun Ja Ganz genau Wenn Sie es versuchen Sind Sie tot So Madame hat aber Scharf geschossen hier, ne? Hätte uns fast den Kopf Weggesemmelt damit Ja Ich versuch mutig An die Sachen ranzugehen Ich bin mutig, mutig Auch wenn Das sind jetzt schon einige Parts Ja, einige vielleicht etwas übertrieben Aber ein paar Für euch sind Ich mache ja immer so Zwischen 10 und 15 Minuten Parts Ah, jetzt kann ich looten Nein Ich will looten Nein Ich bin Isaac Das ist schön Trinken Hey, ich kann Ihnen helfen Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben Meinen Sie nicht auch? Ich bin Techniker Keine Chance, Isaac Andere Leute Sind nur Ballast Ich öffne Ihnen die Tür Aber danach sind Sie allein Schön Und bitte Folgen Sie mir nicht Okay Warten Sie Warten Sie Because I'm able in person Du 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 Schön Die Bitch hat alles gelootet Fuck Das finde ich ja mal scheiße Ne Hm Dieses mysteriöse Sich drehende Ding So 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 Impulsprojektile Ja, das ist schön Aber wir verschießen ja eh mehr Als wir gebrauchen können Hör mir Hier Davon haben wir doch noch genügend Hä? Ja Ha 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 Hier sollten wir nicht folgen Okay Hm, okay Oh, unser Weg ist trotzdem der gleiche I'm so sorry Naja Und alle Gegner, die sie hinterlassen hat Hat sie nur für mich aufgehoben So Sekundär war Es verbraucht aber auch einen ganzen Schuss Das ist scheiße Huh Wie Wie sich das Licht plötzlich ändert Hä? Aber Ihr habt doch gerade gesehen, dass es rot war Jetzt ist Warum ist das nur hier rot? Okay Okay, wenn man eher im Raum ist, dann wird es wahrscheinlich roter und roter und roter Aber roter Röter Toter Töter Ja Gut Hm, wir kriegen eigentlich schon verhältnismäßig viel Geld Das ist zu viel Stase Ich benutze nicht so viel Und die Munition Die brauchen wir gerade auch nicht Harpoon Munition haben wir auch Zu viel Nein, das war F Shop Und dann heißt es wieder Energieknoten wie wild Eieieiei Ich bin ja mal gespannt Wenn ich Dead Space 1 nochmal Re- Replay Replay Ähm Ach, wenn sie leuchten, dann kann ich die aktivieren Guter Indikator Ja, Blöden Macht Sterbung Nein Oh Er kann reinhören Kommt doch Dafür ist sowas endlich auch mal gut Sehr schön Ach, wir können wieder speichern Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir verhältnismäßig oft speichern können Aber okay Na, geht nicht Was auch immer die da losschießen Achso, wir haben ja vorhin einiges an Harpoon Munition verbraucht Okay, ich sollte jetzt nicht unbedingt alles verschießen Aber ich höre noch was Halleluja Achso, das geht nur mit dem letzten Das ist ja auch mal Da hat aber jemand Magenknurren Würde Ah So, Magenknurren heißt Ha Gut Und dort hinten Das sind Gemeine Minen Wo denn Da Sehr schön Zusätzliche Munition haben wir dafür nicht Das heißt, wir haben jetzt eigentlich sinnlos verschossen Wow What the Jetzt habe ich at random geschossen und getroffen Ah ja Man merkt schon, dass das Spiel anstrengender ist als Wo kamen die eigentlich her? Das ist unfair Es gibt nicht mal eine logische Entklärung Hier hat noch jemand Achso, da Sehr schön Sehr schön Haben wir noch was zum Looten Haufenweise Gewinne 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 Das sieht ja Nicht sehr lecker aus Und hier ist der Schuss, der völlig Durch die Achseln gegangen ist Ganz daneben Kinderspielplatz Das sieht mir wieder danach aus Als wenn ihr irgendwie so ein Luftballon Luftballon explodieren würde Wie wir es ja bereits auch schon hatten Ja la 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 Vor allem kommt zu Papa